Hallo Leute und Willkommen weiter wieder zu Rhyne mit Grit. Da sind wir mal wieder und heute geht es weiter mit Grit mit unserer Serie. Okay Diesel, sind wir bereit? Gehen wir doch mal rein. Wenn du ein Ausscheidungsevent gewinnen willst, musst du dich vom letzten Platz verhalten. Immer wenn der Timer auf Null steht, scheidet der letzte Fahrer aus dem Rennraum. Halt bis zum Schluss durch und du gewinnst das Event. Nein, wir nehmen den Golf. Heute trittst du gegen Elimination an. Wenn du es in die Top 3 schaffst, ist dir die nächste Einladung sicher. Lorenzo Vela ist der Fahrerstar von Elimination. Versuch vor ihm zu bleiben. Die Jungs von Elimination werden schwör zu überholen sein. Greif also schon früh an. Da scheidet der erste aus. Halt dich vom letzten Platz fern. Und noch einer ist raus. Und noch einer ist raus. Wenn noch einer raus fliegt, bist du in den Top 3. Noch fünf Fahrer im Rennen. Zeig's ihnen. Wenn noch einer raus fliegt, bist du in den Top 3. Nur noch zwei Gegner trennen. Ich habe keinen Stoff gehört. 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 Nur noch ein Gegner ist übrig. Du kannst es schaffen. Hol dir den Sieg. Ich habe keinen Stoff. Ich habe keinen Stoff gehört. bei Elimination hinter... Nicht lediglich. Hm... Trotz mehr Gewicht... Tops gibt schon... Gleich sich auch, wir sind beide eigentlich gleich. Die Mitglieder sind Tourenwagenspezialisten. Wir haben also die Chance, einen echten Star für uns zu gewinnen. Das ist Eurorand. Ein Club, der aus dem europäischen Motorsport nicht wegzudecken ist. Du musst alles geben, wenn wir sie davon überzeugen wollen, sich der WSR anzuschließen. Machen wir das Ganze doch einfach. Bei Eurorand sind nicht gerade durchschnittliche Straßenfahrer unterwegs. Zeig ihnen, dass das auch für dich gilt. Das ist Callum Kirkwood, die Nummer eins von Eurorand. Ihn gilt's zu überzeugen. Du musst dein absolut Bestes geben, um Eurorand in seiner Paradedisziplin zu besiegen. Stell dich auf ein hartes Rennen ein. Du kommst gut durchs Feld. Gut, du bist dicht hinter den Top 3. Sehr gut, das ist Platz 2. Zwei Runden noch zu fahren. Zwei Runden noch zu fahren. Was ist das? Okay Diesel, damit liegst du in Führung. Ich kämpfe noch um die Führung. Ich kämpfe noch um die Führung.